MeinCraft Und ich würde gerne Ja, also erstmal hinlegen da Oder? Ich kann eigentlich jetzt Jetzt ist ja Nacht Rüstung habe ich da Ist alles da? Ne, komm, wir können da Wir können da Gleich runter gehen Und weitermachen So, und der Plan ist jetzt folgender Ah, ich hatte doch da einen Wegpunkt, oder? Ich meine schon, naja, egal Also der Plan ist folgender Ich will jetzt weiter bauen Und schauen, dass ich da zu dem Dings hinkomme Direkt unter das Unter das Ja, Dingsbums da eben Wasserfestung, oder wie das heißt Und mich dort dann nach oben buddeln Ah, jetzt habe ich aber keinen Keinen Taucheranzug mit Ja, dann verzichte ich erstmal auf den Den brauche ich vielleicht später dann Oder wahrscheinlich sogar Denn da wird ja wohl keine Luft drin sein Oder doch Aber ich weiß nicht Wir werden es ja sehen So, also ja Also ich wollte hier weitermachen Zum Beispiel auch gleich hier Bis ich Da eben hin Na, ich dachte Aber wirklich Bis ich da Also einen Zugang finde Ohne dass ich Abbaulähmung kriege Wenn das mit der Abbaulähmung Doch weiter geht Dann Hier passt das so Genau So, ja So in diese Richtung Dann Wollte ich es gerne mit dem Unsichtbarkeitstrank versuchen In Hoffnung, dass das funktioniert Ne, das war Ne, doch Das war richtig Also hier irgendwie Weiter geht doch mal weg da So Ähm, ja Hier so Und dazu Wollte ich mir dann auch Ein Ist das noch richtig hier so Hm, wir müssen ein bisschen weiter nach rechts Okay Ach, Moment mal Äh 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 Und ich bin wieder so erschrocken Ja, okay Gut Ähm Jetzt haben wir doch wieder Abbaulähmung Ähm Ja, das ist Egal Geht auch mit der Spitzhacke nicht Okay, gut Was mache ich Jetzt kann ich mich so Stück für Stück vorarbeiten In der Hoffnung Dass das mit der Abbaulähmung dann Äh Ja, wie lange dauert die? Drei Minuten doch immer, oder? Ne, fünf sogar Oh, das dauert fünf Minuten Boah Ja, okay Ich gehe wieder Ich kann hier ja doch nichts machen Oh, Moment mal Moment mal Ich habe da noch eine Idee Ich kann mir ja den Weg frei sprengen Wir brauchen nur ein bisschen TNT Okay Haha Das, das könnten wir natürlich auch noch versuchen Also meine andere Idee war eben Und das können wir ja immer noch machen Nämlich mit Tränken Das versuchen Ich habe nochmal Äh, ich laufe mal weiter Ich habe das nochmal recherchiert Ähm Es gibt keinen Trank gegen Abbaulähmung Aber es gibt eben diesen Unsichtbarkeitstrank Und den Könnten wir nutzen Ob das was bringt Naja gut Das weiß ich nicht, ne? Müssten wir ausprobieren Aber Achso, ich Ja Ich wollte ins Lager Also ab ins Lager Ist nur die Frage Ja, ein bisschen TNT Könnten wir noch da haben Ansonsten müssen wir uns welches bauen Na egal Also wir schauen uns mal Was da so an TNT noch da ist Und dann Werden wir entsprechend mal Das mit dem TNT versuchen Da bin ich gespannt Aber das müsste auch gehen Ist zwar auch eine Form von Abbau Ja Aber eben eine andere Na So, so, so Schwarzpulver TNT Toll Zwei Stück Wie baut man das denn? Das hier Ah, mit Sand Sand und Schwarzpulver Okay Ach, deswegen habe ich ja hier Sand und Schwarzpulver Da Ah Oh, ne Schwarzpulver habe ich nicht Aber Sand Sand ist jede Menge da Hm, okay Was ist das hier? Achso, der Ja, ja Das ist der Schlüssel Äh, wir brauchen Schwarzpulver Okay Dann werden wir uns mal zum Ähm Agrarplatz hier Zum Agrarplatz Teleportieren Ja, genau Hier hoch Ah, ne Ich musste noch eins höher Das ist ja dann da oben So Creeper Da Hä, toll Da ist ja nichts da Okay Dann müssen wir das Feld aber Na gut Aber erstmal hinlegen Denn ich will jetzt nicht nachts Nacht raus gehen Und da können wir unsere neue Sense ausprobieren Oder haben wir die schon ausprobiert? Doch, die haben wir schon ausprobiert Meine ich Naja, egal Wir probieren sie jetzt nochmal aus Ich könnte mich Zum Quarzfeld teleportieren Ja, und jetzt ist die Frage Wo ist denn Das gesuchte Feld? Ihr habt mir doch mal so einen Plan gemacht Den ich aber jetzt gerade nicht da habe Tja, dumm gelaufen Dann müssen wir eben suchen Ich glaube Dass das nicht so weit entfernt ist Dass da hinten vielleicht Da sind mehrere Skelette sogar Mal schauen Was haben wir denn da? Oh nein Verkehrt gemacht Spinnenessenz Aha, okay Spinnenessenz Nein Ach stimmt Ja, ich kann es ja am Rand sehen Genau Hm, okay Gut Nein, also dann sind wir hier verkehrt Da müssen wir Au, ja Ist ja gut Ich hau da mal ab Ich habe jetzt keine Lust Mich mit den Skeletten da anzulegen Also dann müssen wir wohl In diese Richtung Ganz ans andere Ende Da, ja Ich weiß es jetzt nicht Aber wir schauen einfach mal nach Und dann sehen wir das Kann zwischendurch mal was essen Und ein Ei wegschmeißen Boah, hat nichts gebracht Ist ja nur in jedem zehnten Ei Wie beim Überraschungsei Nee, beim Überraschungsei Ist es ja in jedem siebten Stimmt Also weiß ich jetzt von An und dazu mal Als ich noch Werbung geschaut habe So, also wie ist es hier Nee, das war das nicht Das da auch nicht Hm Nö Also was war das da? Das war Kuhzeugsel Okay, und Kuhschaf dann, oder? Schieb Ja, genau Also Schaf Okay Hm Also hier nicht Was haben wir hier unten? Moment mal Das sieht gut aus hier Nein Das ist Dörreskelett Das hier Äh, weiß ich nicht Äh, schauen wir mal Schwefel Ah, okay Schwefel Kohle Das sieht mir nach Kohleessenz aus Ja Aber das bringt mir auch nichts Wo ist denn Creeperessenz? Das, das habe ich doch Äh, ich habe auch eine Kiste dafür Das muss ja irgendwo sein Ist das da hinten? Nee Das ist wieder was anderes Und da Kuh und, äh, und Ähm, Schaf Gut, da ist Kohle Da drüben ist nochmal Diamant Ja, irgendwo ist das ja Hier, da Diamant und Eisen Nee, das ist gar nicht wahr Das ist Stahl Das ist Stahl So, hier ist nichts mehr Da ist Gold Oder nee, Silber Eine Goldumrandung Da haben wir Zink oder irgendwie sowas Da ist Kupfer Da haben wir die ganzen Metalle da Hm, also sind wir hier doch verkehrt Dann müssen wir nochmal hier schauen Hier ist ja nichts mehr Da ist auch Zink Was weiß ich Da nochmal Kupfer, so wie es aussieht Hier könnte was sein Nee, da ist nochmal Eisen Und da vorne ist Gummi Ja, genau Das ist Gold Hier, ach ja Diese grünen Dinger da Oh, was haben wir denn hier? Das da könnte was sein Äh, habe ich da jetzt was abge... Ah, hier, das da Enderman ist jetzt Ne, Enderman? Jaja, doch, Enderman ist jetzt Ja, das bringt mir ja auch nichts Hey, was machst du da? Ich habe die Aufnahme Äh, die Aufnahme habe ich neu gestartet Ja, äh, den Rechner aber auch Gerade eben Ich war noch Äh, unterwegs Ich wollte ja zur Ja, ja, zur Post Also zum Zu Stapels eben Und Sachen ausdrucken Und kopieren und so weiter Und dann Da ist eine Postfiliale drin Und dann da was wegschicken Aber die hatten leider schon zu Und deswegen konnte ich das nicht machen Und musste unverrechteter Dinge wieder Nach Hause fahren Dann muss ich das eben morgen machen Ja, ist schade Aber gut, ist eben so Kann ich nicht ändern So, also wo haben wir jetzt denn das Feld hier? Guck mal, da ist Äh, Schleim Achso, ich bin jetzt langsam auf dem Schleim hier Hä, ja, aber das Hä, wo ist denn das Feld? Ist es das hier? Ne, das ist Obsidian Jetzt bin ich überfragt Wo habe ich denn das Feld? Das hier Das sind Knochen Also so, ja Knochenmehl-Zeugsel Hier Erde Boah, da sind wir wieder hier Da ist das Spendenfeld Habe ich jetzt was übersehen? Ich bin, äh Ich bin überfragt jetzt gerade Irgendwo muss das Feld ja sein Ich muss es übersehen haben Und ich brauche das jetzt Sonst kann ich ja nichts machen So, sind die Skelette noch da? Da vorne steht eins Ne, das ist eine Vogelscheuche Okay, gut Es wirkt also auch auf mich Ja, da war ich ja auch gerade Hä, das kann doch nicht sein Wo ist denn das? Ist das doch irgendwo noch da? Ne, aber das haben wir ja gerade gesehen Das ist ja das Creeper Äh, das ist das, ähm Enderman Dingsbums da Äh, ne, falsche Taste So Kohle Äh, ja, okay Dünger Schwefel Dörreskelat Hier Nein Da unten ist, äh Kuhessenz Nein, also wir haben davon noch nichts Das kann ja nicht sein Ich muss doch jetzt mal in diese Richtung nochmal schauen Laufen wir eben mal hier rum Also es muss ein Feld da sein Wenn ich eine Kiste angelegt habe Dafür, dann muss auch ein Feld dafür da sein Aber das hier ist es ja nicht Und das auch nicht Das haben wir ja gesehen Das ist ja, das ist ja cool Genau, da siehst du Da, da sieht man die Essenzen auch noch Und das ist Rotstein Jetzt haben wir auch Rotstein-Essenz noch Ähm, Moment So Da Dahinter ist kein weiteres Feld mehr Tun wir das bislang Und das dann Was ist denn das jetzt eigentlich Ach, das war das hier, oder? Hallo, nur mach doch mal Ja Ja, ja, da hab ich ja vorhin schon Nee, nee, das ist das nicht Das ist das Dörr-Skelett-Dingsbums da Hm Kohle? Ja, Kohle hat man ja vorhin auch schon probiert Ja, wir müssen das einfach nochmal Systematisch absuchen Das nutzt nichts Also es muss ja da sein So Hier haben wir Eisen Und das ist Diamant Kann man eigentlich gleich mal abbauen Hier, wenn wir schon da sind Das kann nicht schaden Und ich muss gleich mal wieder gegen meinen Diensttrappel hier Gegen das Netzteil Hier noch was Moment eben Na, okay Hat Hat aufgehört So, ähm, ja Jetzt haben wir noch ein bisschen Diamant-Essenzen Hier ist Stahl Ja, genau, Stahl Eisen mit Kohle Ah, das ist Silber Was war da? Kohle Wie müsste denn die Umrandung aussehen? Das weiß ich nicht mehr Hier hinten haben wir Nichts mehr Ja, kann ich ja auch auf der Minikarte sehen Nee, da Da ist nichts Ja, also Nee, hier nicht Und jetzt nochmal hier Oh, Moment mal Da war doch was Hier Bei so einem Zaun war das doch Hier Doch das da Hier Das da müsste es sein Ja, doch Genau das hier Bei dem Zaun Ja genau Den Zaun Hier oben Da meinte ich Ja, ich erinnere mich wieder Ja, okay Jetzt haben wir da was Ähm, ich frage es nur Wo Ja, hier Das da Ich will da gleich ein bisschen mehr haben Deswegen bleiben wir noch ein bisschen hier Damit das wieder wächst Da habe ich jetzt gleich einiges zum Wegräumen Aber das mache ich nicht jetzt Ich wollte ja Äh, genau Ich wollte TNT bauen Und mit diesem TNT dann Die Abbaulähmung ist übrigens auch wieder weg Aber das ist mir egal Wir prüfen Ja, wir prüfen Wir probieren das jetzt mal so